Musik 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 Mein Name ist Stefano Cipoletta Ich bin seit 2015 bei der Firma Vanoli im Gleisbau Gleistiefbau Hybridprojekte für die Arbeitssicherheit Umweltschutz Gesundheitsschutz Ich helfe auch im Auftragsmanagement im Offertwesen immer den Teil Qualitätsmanagement und Arbeitssicherheit Die Kennzahl von den Ausfällen Bezüglich Berufsunfällen Nicht-Berufsunfällen und Krankheiten sind bei uns natürlich ein wichtiger Faktor So habe ich dann gedacht, wie kann ich systematisch in der Diplomarbeit das analysieren Ich habe mit Beziehungsdiagrammen mit Interviewfragen und habe eigentlich 31 Fälle dokumentiert von unseren Mitarbeitern und die offensichtlichen Begründungen die offensichtlichen Begründungen warum es zu Umfällen gekommen ist habe ich aufgenommen mit den Mitarbeitern in Interviews Und das sind die klassischen Unfälle, die man im Bau hat Stolper, Prellungen, Fingerverletzungen und all diese Themen hat man thematisiert Trotzdem hat man dann aber gemerkt dass im Interview der Mitarbeiter auch sehr offen ist und gerne auch etwas mehr erzählt warum es vielleicht zum Unfall gekommen ist also hinter einem offensichtlichen Unfall steckt vielmals auch sehr viel mehr Informationen dahinter Das Beste am Ende es ist eigentlich von mir aus gesehen es ist vielleicht jetzt ganz lustig ist der Kontakt gewesen die Zusammenarbeit auch zu den anderen Kollegen die ich kennengelernt habe in der Schule den Kontakt zu den Dozenten das sind auch Partner geworden ich sage nicht Kollegen aber das sind gleichgesinnte wie wir die Studium besucht haben und sehr viele neue Skills also Methoden die man anwenden kann sehr praxisorientiert im Unternehmen das hat ein Cocktail ausgemacht von all diesen Komponenten wo ich sagen muss ist der SACO Qualicon für mich nach wie vor Nummer 1 in der Schweiz nicht ganz lustig ich höre nur es ist die das ist ganz lustig das ist der da die 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 die